So, hi Bruder, Mister Sport TV hier, ist an WeLive, die Mannschaften kommen gerade drauf, der Spielplan, Spielball, Entschuldigung, mit der Ukrainenflagge Stand with Ukraine, Banner ist ganz klar, Haltung zeigen, ist hier so eine Motto-Woche der UN, in zwei Wochen geht die Frankfurt, Eintracht Frankfurt eröffnet das sozusagen, klares Zeichen, auch gegen Rassismus und so weiter, ganz ganz klar. Es wird auch gleich noch eine Gedenkminute geben, sehr klar, für Grabi. Mannschaften verändert, Schiedsrichter, wie im Hinspiel, der gleiche. Bochum können mit dem Sieg an uns vorbeiziehen, sind die direkte Tabellenachbarn. Wir könnten bei unseren Nachbarn vorbeiziehen, aus Mainz, wenn wir gewinnen. Und jetzt erstmal Frankfurt ein Trikot in den Mittelkreis ziehen. Riesen guter Banner, danke Grabi, in alle von 77 Jahren. Ist vielleicht jetzt schwierig für mancher. Und wir schließen uns so an jetzt. Jetzt wird gerade noch ein bisschen erzählt. Seine Erfolge, zwei Vokalsieger, ein UEFA-Vokal, 74 Weltmeister. Ach, das ist schön, das ist heftig. Da sind wir gerade Charlie Körbel. Da kommen jetzt schon fast die Tränen, ein bisschen in die Augen. Also ich glaube, vor Ort hätte ich geweint und Ende. Ist ja nicht nur eine Legende für Frankfurt, sondern auch für Deutschland, Nationalmannschaft, etc. da war eben Peter Fischer zu sehen, Präsident. Jetzt Gedenkminute. Also es ist natürlich nicht die richtige Gedenkminute, sondern es ist halt noch kurze Zeit. Und ich sag's euch, es war die komplette Zeit. Stille. Du hast keinen Ruf gehört. Du hast kein Klatschen oder so gehört. Es war alles komplett ruhig. Und das hat was zu heißen. Sowas erlebst du selten. Weil es gibt immer welche Spacken, sag ich jetzt mal, die nicht die Frisse halten können. oder dann wird angefangen zu klatschen. Ich fand, es ist irgendwie unheimlich, wenn 50.000, was weiß ich jetzt, wenn 20.000, 25.000 Menschen komplett schweigen. Ist schon ganz komisch. Das ist unheimlich. Wenn du da gar nichts hörst. Aber das zeigt immer die Wirkung, dass alle die Fresse gehalten haben, also den Mund gehalten haben, still gewesen sind, auch auf Gästeseite. Aber bei Bochum hätte ich sowas eh nicht erwartet. Bin ich ganz ehrlich, dass die da irgendwie Stress gemacht hätten. Bochum ist schon toll. Bin ich ganz ehrlich. Und Eintracht presst jetzt natürlich. Die Spielzeit kommt jetzt jeden Moment von mir. Und dann, let's go. Nach oben ist es. Ich bin echt gefallen. Ich bin nicht gefallen worden. Alles, auch am Handy immer. Ganz kleine Augen. So die Augen war, ich muss hier so ganz verschwommen. Und dann habe ich so die Benachrichtungen weggewischt, dass ich mich gar nicht sehe. Meine WhatsApp-Gruppen habe ich sogar stumm geschaltet und alles rum und dran. Meine zwei besten, also meine besten Freunde, meinen besten Freund, habe ich jetzt erzählt, spoilert mich nicht. Eine ist hier, mein bester Freund ist hier Frankfurt-Fan. Mario, wisst ihr ja, ist ja Leverkusen-Fan. Dann habe ich gesagt, spoilert mich bitte nicht. Eine Frau, also eine Frau, eine Mädel, mit der ich immer Instagram schreibe, habe ich auch gesagt, bitte spoilert mich nicht. Und natürlich hier ein Boroma, der immer zuschaut. Den habe ich auch gesagt, bitte spoilert mich. Der wollte nochmal wissen, wo ist der Link dazu. Ich bin ja da, Geburtstag und so. Ich schaue es real live, Montag kommt das Video. Bitte spoilert mich nicht, Kamala! Ach du Scheiße. Das wäre es jetzt gewesen. Während ich nur erzähle, was ich alles gemacht habe, damit ich das ja nicht höre. Ich habe gespoilert, ich habe, wie hat man, stumm geschaltet, was möglich war. Aber man kommt ja trotzdem mit Nachricht von Kicker vielleicht oder von der, meiner Killer-App, also von der Frankfurt-App, Eintracht-App. Schlimm. Dann, und ganz böse ist, dass Google dich immer meldet. Google fickt dich weg. Du machst das weg. Ich will keine Benachrichtigung heute bekommen und trotzdem kriegst du Benachrichtigungen. Die melden dich dann trotzdem nochmal. Du machst die dreimal weg. Ich guck wieder, guck mal, ob ich hier habe. Die Ergebnisse. Mach's besser. Da hat mich Google einmal richtig gefickt, ne? Da habe ich eine Nachricht gelesen, auf einmal kommt ein Pop-Up von Gockel. Da sieht man einfach mal 0-0. Ja, fick dich. 50. Minute 0-0. Ist doch geil. Wollt ihr mir WeLife anschauen? Geil. Gut. Da weiß es schon. Boah, da ist nur ein richtiger Groupon. Der läuft alleine aufs Tor zu in der ersten Halbzeit. Ja, da weiß es schon. Ja, geht eh nicht rein. Lustig wäre aber ein Elfmeter. 50-50 Chance, Videobeweis. Der gibt ein Elfmeter eh nicht. Der gibt dann doch ein Elfmeter. Und dann, ups, verschossen. Entschuldigung, das wäre auch lustig gewesen. Aber, naja, ich erzähle euch gerade so viel nebenbei, was gerade passt. Ich kann euch erzählen, wie Geburtstag war, während hier beseitigend passiert eine Chance. Oder ist er rechts vorbei? Kriegt er den? Asamo? Ja, in der Ecke starker Typ. Hindi, 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 Hindi. Das ist schön in Übersicht. Und jetzt kannst du nicht gehen, nur einen Touch. Aber egal, beruhig jetzt, ich bin raus. Komm mal drauf, knauf. Guter Ball auf. Und es gibt Ecke. Stark. Gut. Ich erzähle euch über die nächste, nicht was auf dem Geburtstag passiert ist, was wir gemacht haben. Also jetzt nichts passiert, aber was wir gemacht haben. Denn, es passiert jetzt hier was. Es gibt Ecke für die Eintracht. Kostet. Schießt, wer immer die Ecken, auch von rechts. Rechts und links. In der letzten Zeit. Schuld, ich will jetzt mein Name. Wie gekostet. Die kommt wieder gut. Tut da. Bleibt am Boden liegen. Das ist, glaube ich, Kopf an Kopf gewesen. Das wird kurz wehtun. Das ist der Kopf. Das war, glaube ich, ein bisschen Kopf am Kopf. Jetzt braucht er 10 Sekunden zum Liegen und dann geht's wieder, glaube ich. Ja, Kopf an Kopf. Okay, der eine kriegt an der Seite, aber tut, der hat ihn komplett an die Schläfe gekriegt. Das zeigt es auch an so. Ja, an die Schläfe. Ja. Also, ich dachte, 0 V-Spiel, das war einfach nur Kopf an Kopf. Und ein bisschen mehr weh, je nachdem, wo er getroffen wird. Geh hin. Wir haben. Nee, okay, dann doch nicht. Habe ich auch so gesehen. Tut mir leid. Na, komm, die Strömung, du bist so schnell. Dann legt er sich zu weit vor, mal wieder. Ganz dick und fett Haltung zeigen. Auf dem Banner einmal komplett im Stadion rum. Wurde teilweise auch frei gemacht. Von den Sponsoren, auch von den Sponsoren natürlich dementsprechend ein starkes Zeichen. Respekt dafür. Mittlerweile sind auch die Banner im Oberrang. Die Banner früher fest. sind mittlerweile auch Dinger, die sich so einmal im Kreis drehen. Ist auch gut gemacht. Also mittlerweile auch digital. War ja früher nicht so. Also diese Digitalisierung geht doch ein bisschen voran. wach. Ah. Knauf. Sieht jetzt. Sie bleibt nicht immer außen, sondern hier. Aber man sieht ja von außen in die Mitte, versucht dann auf die anderen Seite, man fängt da durch die Mitte. Das war halt nicht gut, aber passiert jetzt halt mal, dass man den Ball verliert. Haben wir schon das anders gesehen. gut gemacht von den Strömen. Dicker hat ihn schneller vorne gechippt, eben den Freistoß. Nehne ich nochmal ein bisschen Druck und hole dadurch auch den Freistoß raus. Ne Freistoß, den Einwurf raus. Oh, Trab. Zu weit. Oh nein, 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 nein. Ah, tut er, holt den Ball noch kurz vor Seiten aus Linie, will nach vorne schießen, schießt den Knopf irgendwie an, der da bis ich im Weg stand. Oh, Mann ey. Oh, Achtung geben. Ist aber nicht drüben. Ja, aber schwierig. Aber Stopp mit der Hacke. Gut gemacht. Boch mal dazwischen. Und es gibt Einwurf SGE. Oder wo jemand Handspielen haben. Was? Das pfeift aber sehr, sehr spät. Das pfeift er drei Sekunden später. Vielleicht, ob er einen Hinweis vom vierten Offiziellen bekommen hat, aber das hat er echt sehr, sehr spät gepfiffen. Das muss man schon sagen. Keine Ahnung, ob es Handspiel gewesen ist. Ich gehe davon aus. Alles andere wäre dann lachhaft. Ganz oben, komm. Oder unten, jetzt spielst du Kostic. Lauf, Kostic! Lauf! 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 Hier rein noch. Schön reingezogen. In der Mitte. Oh. Das sagt er. Der hat wirklich in den Rückraum gelegt. Da kommt irgendein Bochum-Antritt zwischen. Richtig stark gespielt. Abgewartet. Versucht er jetzt auch. Der kommt ja auch zu. Wer zu Kamala durch, der hat wahrscheinlich dann reingemacht. Oh, der weiß, da war mehr drin. Oh nein. Da Missverständnis. Konterchance Bochum. Eins gegen eins war es so schnell. So. Holpmann ging es so. Ja, aber das versucht er. Boah. Aber was Holpmann da für ein Laufduell gerade hatte. Da hatte ich kurz Schiss, dass der Holpmann vorbeizieht. Bin ich ganz ehrlich. Das wär's gewesen. Der hat einiges abgenommen. Ja, weil so ein bisschen rückwärts läuft. Holpmann kann die volle Geschwindigkeit aufnehmen. Und so ist er ein bisschen rückwärts gegangen. Das ist schwierig. Und dann muss er auch halt mal Fahrt aufnehmen. Schön, Kostic. Der wird aber auch gehalten. Kannst du mal pfeifen jetzt. Schön durch, durch, Storre. Oh, schade. Knauf. Kleiner Chip. Tut da. Ja, holt die Ecke raus. Der will irgendwie Handspiel haben. Mal gucken. Oh, ja, aber war Werbefreistoß gewesen. War außerhalb des Keimfahrer er ist außerhalb des Strafforms gewesen. Und es wäre es wäre ich sag euch es wäre ein Handspiel gewesen wenn es innerhalb gewesen wäre. Nach neuer Regelung. Da wäre es ein Handspiel gewesen. Kamada, Kamada. Ja, dann trifft er den Ball nicht richtig. Hätte er den mal Boah, hätte Kamada den mal direkt genommen. Das wäre auch geil gewesen. Aber dann nimmt er es an. Also wusste ja, hat Zeit. Boah, den hätte er direkt nehmen müssen. War aber abgefälscht. Aber wenn er den direkt annehmen, wäre auch geil gewesen. Aber dann haut er ihn in die Wolken und jeder fragt sich. Ja, hätte er mal den App mal angenommen. Was macht das denn nicht unnötig spannend? Das kann doch nicht sein. Stimmungsanwalt so in Ordnung. Ach, du schreibst. Missverständnis. Oh, sage. Warte vorhin aus. Das ist doch kein Foulspiel. Holpmann geht einfach schon runterfahren. Ja, hat es Holpmann probiert. Oh, ich lasse mich einfach mal fallen. Hast du sowas? Warum eigentlich? Na, wenn der Pfeift hat er eine gute Freistusssituation. Aber naja. Was mir aber auffällt, ist, dass Bochum auf sich schwer spekuliert. Die gehen oftmals gar nicht in Zweikampf, sondern lauern ein einfach dass ein Ball durchrutscht oder jemand vorbeiköpft, also drunter durchköpft und dann frei ist. Das so spielt Bochum aktuell nur. Also das ist eine disrespektliche so gemeint, ne? Keine Frage, also nicht, dass ihr das falsch versteht. Ist taktisch auch gut. Wenn ja nämlich, wenn eine Fehler passiert, sind sie durch. die Nase so juckt heute. Das ist schlimm. Oh, jetzt habe ich kurz auf die Sprache, das wäre jetzt Fassistkan gewesen. Das war doch kein Faulmann. Der war doch gut bei. Genau, du suchst dort. Schade. an der Frankfurt. Oh, an der Frankfurt. Hey, du schöner SG. Faulmann. Klar mit der Hand. Mit dem Arm weggeschubst. Aber es ist kein ruppiges Spiel oder so. Leichte Zweikämpfe, ein bisschen geschubst. Mal, ja. Aber sonst, keine harten Gretchen, etc. Gefällt mir. Tut das. Läuft mal ein bisschen nach vorne an den Strafraum. Kostitsch. Knauf. Ah, zu weit. Riegt sich ein bisschen auf. Ich weiß noch, also einfach so, man, irgendwie so, ich glaube auch nicht, Richtung Knauf auf, sondern einfach so, einfach so rauskriegt. Mann, scheiße, es läuft nicht irgendwie so, was du da. Scheiße. Ich glaube mir, dass es Richtung Knauf gegangen ist. Zumindest hat er nicht Richtung Knauf gestikuliert. Vielleicht hat er sich einfach nur aufgeregt, dass der Pass nicht so gut kam. Oder dass er auch nicht unbedingt einen Schritt gehabt hat. Er ist kurz zurückgegangen. Schön. Schön, wenn ich mir jetzt noch wieder schnell erinnere. Oh, das war ein bisschen verdeidig. Ja. frau ich bin ja sagen okay ja war auch kein böses faul aber er kriegt halt in den weg rein hinter ihn zwar kein böses faul ist auch keine gelbe karte aber es war ein faulspiel jetzt chance für bochum freistoß von halb rechts 22 23 mehr und da kommt gut und 1 0 und polter ich hätte darauf wetten sollen als hätte ich gewusst dass polter das tor macht ich schwöre es euch ich wusste es einfach dass polter es macht 0 1 19 minute polter wieso wette ich eigentlich in der letzten zeit immer was ich voraussage tritt auch so ein oder polter im abseits warte mal wird ganz ängsten polter jetzt nicht mal aber wir warten ab bevor ich den bevor ich den torschützen schreibe genau welches teil des körpers war im abseits ich will nicht so ich will mal die situation sehen die wird nur einmal kurz gezeigt und nur noch die tore hatte für schon da das heißt ging relativ schnell 0 1 polter das war die neunzehnte minute zwischen ergebnis oder parallel auch dortmund getroffen bei dortmund irgendwas passiert entweder dortmund oder jemand ausgetroffen ich weiß gerade den kick nach dem tor und gar nicht plammal gewinnt hat den torpunkt ah bielefeld war das genau der vfl vfl ist wieder da aber auch die vfl fans machen gut stimmung also ich freue mich schon wenn die wirklich so stimmung haben also ich behalte die gerne in der liga ich bedenke was andere fans für andere vereine für andere fans für stimmung machen gerne gerade wenn sie ja voller der kapelle ist das wird doch geil aber merkt man bei uns sind noch keine ultra star merkt man natürlich sehr klar leider gottes muss man sagen gegen patys immer noch keine volle kapelle sind 25.000 zugelassen mehr dürfen nicht ausnahmeregelung wurde abgelehnt schon amüsant dass das heute liegt am boden ich bin mal auch kommt hier drunter kommt hier draus ja es wird jetzt jetzt jeder wieder ja aber ich habe schon eine gewisse ironie dann gewissen humor wenn man bedenkt dass überall 37.000 und 40.000 und so weiter erlaubt sind und die eintracht gibt keine ausnahmeregelung dann für 48.000 was da geplant war also voll ausverkauft ja kann ich verstehen aber dann gibt es doch 35.000 aber selbst das wird dann abgelehnt ne verstehe ich nicht aber das ist halt so weil jeder jedes land eigentlich das bundesland sein eigenes süppchen kocht mit verständnis alles kommt die situation wieder na leute wir haben doch 70 minuten alles gut wird schon klappen irgendwie na warst du mal ehrlich ich glaube für uns geht es eh um nichts mehr in der liga nach unten geht es nicht nach oben geht nichts seitdem würden das spiel jetzt gewinnen und dann in leipzig irgendwie ha wer ist glaubt das wird auch du bochum polter wird jetzt wird gelegt holtmann holtmann in die mitte 2 ach drap was für eine parade es muss das muss das 2-0 sein das muss das 0-2 sein alter gewalter was für eine parade man 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 ich habe schon dringend gesehen ich habe abgeschlossen gerade trab du bist ein teufelskerl also ohne trab wer weiß was auch schon alles los her hinteregger links auf kostitsch richtig geile flanke und jetzt also ich freue mich jetzt auf die zeitgruppe gleich aber wieder aber wo war der fehler davor das will ich mal sehen das muss man aufarbeiten das kann nicht sein dass er so durchkommt jetzt spiel spiel da ist jetzt wieder drin komm wenn man das gut spielt aber wieso denn was wieso denn direkter schuss das ist doch dumm gewesen irgendwo gibt es eine gelbe karte gelbe karte für so ja ja oh man oh man wo wir allein das ist jetzt damit ist so gesperrt für das spiel in leipzig Ich bin mal gespannt, ich will es hier nochmal sehen Ist das das V gewesen Vor dem Angriff Vor dem 2-0 Es gibt einen falschen Einwurf Ich will es nämlich flachsen Genau falscher Einwurf Alter Da sehen wir es nochmal Boah Asano muss das 2-0 machen Ohne wenn er war Aber Und der eine andere Progerme Fackt sich ab Der ein Gott Ja, Reg Petyce Das glaub ich auch Ex Frankfurter Wer Ist da soweit raus Das war der Abseits gerade. Die anderen hat sich schon aufregt, ich habe mich aber auch kurz. Hat er jetzt wohl gewiffen? Nein, nein, war abseits. Oh, wenn das besser kommt. Es ist jetzt wieder so die letzten drei Minuten, so ein Spiel, wo ich denke, nein, Mann. Was mich jetzt so aufregen könnte. Zum Glück geht es bei uns eigentlich um fast nichts mehr in der Liga. Also eher abseits. Was guckst du denn so böse, der Linienrichter? Holy moly. Okay. Naja, nehmen wir mal so hin. Also die haben eine Linie gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, die Schulter vom Polter war sogar über der Linie. Aber die Technik sagt, ich glaube es einfach mal, es war auch keine gute Kameraposition, aber im ersten Moment sah es wirklich so aus. Das wäre die Schulter drüber gewesen. Aber ihr kennt solche Situationen. Also ich würde sagen, es war ein tolles Tor, es ist scheiße knapp gewesen. Aber ihr kennt solche Situationen, wo man denkt, das sieht schon komisch aus. Das zeigt nicht nur, was gegen Frankfurt ist, sondern auch bei anderen Spielen habe ich schon gesagt, komisch. Jetzt kann man halt auch gute Ballern, da. Kacke, Alter. Oh nein, Mann. Das war irgendwie ein missverständliches Handy, aber Tutta ist gut da. Ja, Tutta blockt wieder stark von Tutta. Oh Mann, das sind so wieder so Pässe, wo ich mir denke, Allah. Warum? Wenn die Idee war, gut, die Umsetzung war kacke. Jetzt, komm. Lindström, Lindström, Lindström. Kannst du mal pfeifen? Gibt es keinen Pfiff? Doch, jetzt gibt es einen Pfiff. Und jetzt gibt es auch gelb. Aber auch hier, sorry. Also ich kann nicht verstehen, dass die Bochum... Ich kann verstehen, dass die Bochumer sich jetzt aufregen. Weil, äh... Gucken wir. Ganz klar. Aber der pfeift auch drei, vier, fünf Sekunden später. Und das war nicht mehr eine Vorteilssituation. Lindström lag am Boden, der Ball kollert ein bisschen weiter in den Strafraum. Aber da ist drei Bochumer um den Ball. Kein Frankfurter Nähe. Und er braucht drei, vier, fünf Sekunden, bis er pfeift. Ich wollte mich schon aufregen, dass er gepfiffen hat. Natürlich regen sich die Bochumer mal auf, warum er so spät pfeift. Kann ich voll verstehen. Jetzt gibt es eine gute Freistoßposition aus 19 Metern, 18 Metern wahrscheinlich sogar. Das ist sogar zu nah dran. Meistens sind es so 22 Meter besser als 18 Meter. Lindström und, äh, Hinterecker da. Also Hinterecker mit Gewalt. Kostig natürlich da. Also Dreißen da. So was durchbrechen die. Hat Kostig sich durchgesetzt. Kostig hat ja damals gegen Straßburg das 2-0 geschossen. Per Freistoß direkt unter der Kante Latte. Der macht's wieder. Bleibt hängen. Kostig zu der zweiten Agen. Und der zweite Schuss aus dem Stand sozusagen ging dann weit drüber. Ja. Dazu sagen wir jetzt mal nichts. Und selbst wenn der Ball aufs Vorgegang wäre, dass der, hätte Todd locker gehabt. oder wollte er ihn rein chippen für ein Spieler. Das habe ich gerade nicht gesehen. Oh, ne, schon. Boah, der ist so schnell. Ah, die Idee ist kurz gestoppt und dann wollte er direkt mit dem Außenriss zu Knauf weiterspielen, glaube ich. Die da auch noch war. Der Hinterecker bleibt gut dran. Der Hinterecker bleibt gut dran. Hä, wieso rennt der nicht durch, der Bochumer? Den hätte er doch noch locker bekommen. Der hat voll spät ausgetrabt. Der hat sich voll spät auslaufen lassen. Er war noch nah am Ball dran. Hätte er durchgespründet, hätte er den Ball noch bekommen. Was ist das für ein Bochumer gewesen? Die faule Sau da links. Ohne Scheiß. Was? Oh. Ist gerade eine Spinne über mich, wundere Zeit. Nice. Ja, ja, komm mal, da, komm mal, da, komm mal, da, komm mal. Nein, da gibt's Abfließmord. Das haben wir so gut gemacht und dann... Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Das sind wieder so Dinge, wo ich... Das ist nicht richtig verzweifle, ich mein... Ich weiß, es ist noch genügend Zeit da. Es wird mehr verzweifeln, wenn wir im Abstieg spielen oder... ...nieter oben und es geht doch was. So ist es noch relativ entspannt. Ich bin aber gegen Bettis. Gegen Bettis bin ich schon verzweifelt. Weil es darum was ging. Ich guck, der haut ihn erstmal in Seiten aus. Wird er dann gut bedrängt. Ja, er ist der Ballkontakt los. Und dann kommt der Gegner und dann weißt du... Bam, er muss weg. Halt ihn weg. Und dann kommt der Weg. Aber ich muss noch mal... Halt ihn weg. Und dann kommt der Weg. Halt ihn weg. Hinteregger. Muss dran sein. Gegen Hasano. Stark von Hindi. Aber dann macht es Hindi scheiße. Wird aber vorher gefoult irgendwie. Gehalten, keine Ahnung. Ah, war schon stark von Hindi. Okay, er wird dann gehalten in der Hose. Die ganze Zeit. Ja, ja. Das war's. 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 Ich glaube, der langer Ball ist bis zur Mittelfeldlinie, aber der landet nur mein Gegner weit und breit kein Frankfurter. Ja, das hat Ramatsch immer besser gemacht. Ich habe das Gefühl, er hat nichts gegen Kevin Trapp, dass Ramatsch die Spielöffnung besser kann als Kevin. Aber wenn man irgendwas kritisieren kann an Kevin Trapp, dann ist es das. Sonst gibt es wenig. Das heißt, wenn ich jetzt eine andere Meinung, dann haut es mir in die Kommentare. Bin ich mal gespannt. Oh, irgendein Bohrraum liegt am Boden, weil er scheinbar einen Schlag abbekommen hat, wenn er was aber unbeabsichtigt. So sah es zumindest aus. Liegt er immer noch am Boden, weil manche pfeifen. Jetzt ist er wieder da, jetzt steht er wieder. Konnte wieder schnell rennen. Ja, das kommt um. So, schnell ausgeführt. Komm mal, der ist stark. Der ist gut. Der ist gut. Oh nein. Ich habe gerade das Eigentor jetzt. So ein Stück am Eigentor vorbei. Schade. Erst dachte ich nein, aber beim ersten Auftakt dachte ich, oh, in die Richtung und dann. Aber das ist das Glück, was uns erfährt. Und worum das Glück, was ich aktuell habe, bei diesem Spiel? Wo war das denn Kamada? Oh Gott sei Dank steht immer hinten noch jemand. Kostet stark Ballannahme. Und Ecke, stark! Ecke kommt, naja. Ach, geht doch zum Ballkamada. Und jetzt die Frisor ist hinten als letzter Mann. Ja, stark von Knauf. Spiel raus, Spiel raus, Spiel raus, Spiel raus. Rechts. Ach Knauf, zu lange gewartet. Meine Fresse, ich hasse sowas. Du hast die Möglichkeiten, rechts zu spielen die ganze Zeit. Du hast sogar gute Möglichkeiten, zu kostig zu spielen. Und beide Chancen verpasst er. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Lauf kostet. Ich weiß aber auch schnell eine andere. Elfmeter? Nicht. Es gibt Abstoß. Aber ich find schon, dass er sich nur in den Mann geschmissen hat. Da bin ich mal gespannt. Obwohl, halten beide. Nee, nee. Nee, nee. Halten beide. Knauf. Kostet hält auch im Trikot. Daher nein. Was ich würd sagen, nein. Bin ich mal gespannt, ob's gecheckt wird. Es gibt Videobeweis, natürlich. Aber wieder kostet hält auch am Ding. Ich glaube nicht. Ja. Definitiv. Kostet hält auch. Für mich, wie gesagt, kein Elfmeter. Völlig zurecht. Immer nebenbei die Stichpunkte machen. Fast irgendwann mal Highlights machen. Ich verlangweil hab. Oh, ich spiel doch raus wieder. Immer das durch die Mitte. Riecht mich das auf. Ja. Kamala, komm. Super Ball auf Knauf. Butterweich. Nein, der auf den Füßen von Knauf. Knauf, schön. Knauf. Mit der Hacke. Den musst du so machen. Borea hat's mit der Hacke versucht. Anders kannst du den nicht machen. Wenn du normal schießt, blockt er den. Mit der Hacke. Musst du versuchen mit der Hacke. Und dann ist es natürlich ein saugeiles Tor. Aber anders war es nicht möglich. Und jetzt kommen wir jetzt. Jetzt kommen wir noch ein bisschen. Schade, dass das vielleicht die Halbzeit ist. Flanke, Bruch, ich hab's nicht durch. Aber ein Wurf. Hier weiter den Ball. Jetzt geht's rund. Komm. Bruch, wir schnell den Ball haben. Flanke, jetzt kommt Flanke, fang direkt. Oder so auf den Ball. Knauf. Und Ecke. Stark. Jetzt kommen wir doch so langsam. So eine kleine Drangphase von uns. Ja, kostet sich Jockzocker dahin. Also drabt nicht, sondern schnelleres Jocken. Und dann kommt Schaf reingespielt. Geklärt. Und jetzt kommt der Schlang zu Bochum. Die Brissur immer als Absicherung. Wieso eigentlich? Wenn der die gelbe Karte hat. Ja. Folter kriegt nicht mehr. Spielt noch mit Seiten aus. Damit der Eintracht keinen Abschluss hat. Auch schlau gemacht. Na, wenn. Beruhig den trifft. Geht er wahrscheinlich sogar rein. Ja, dem wie er dann trifft. Und die Brissur hat er das Ding gemacht. Mit Ostermann im Strafraum. Wo er sich so lange im Gesicht gehalten hat. Gibt's Verlängerung? Gibt's kurze Nachspielzeit? Eine Minute? Oder pfeift er direkt ab? Ja, weiter Ball auf. Ja, Kitsch. Hand! Das ist Hand! Das ist gelb! Das muss gelb geben! Ja, gibt doch gelb für Osterhage. Der fällt und schlägt versucht noch den Ball zu halten. Das ist ganz klar gelbe Karte. Hat er schlau gemacht, aber das ist klar gelb. Ja, jetzt. Tja. So, letzte Chance. Kostic. Würden bringen, bringen. Natürlich nicht direkt aufs Tor gezogen. Und der Linksfuß. Das wird eher am Flankenball. Das wird dreist, wenn er ihn direkt macht. Ein-Mann-Mauer. Ich bin gespannt, wie er kommt. Flanke. Hinter Ecke Riemann. Eckball. Und die gibt's noch. Ja, der konnte nicht platzieren. Guter Koffer und Hinter Ecke. Zu zentral, leider Gottes. Kostic. Eckball. Die Ecke gibt's auf jeden Fall noch. Flanke Ball. Nächster Ball. Und der ist abgepfiffen des Dürftes. Ja. Das dürfte dann gleich gewesen sein. Nee. Asano. Gegen Depressur. Ja, wird. Ja. Hals hat pfiffen, wie ich sagen. Asano wollte es noch haben. Aber das war's. Das war's mit dem ersten Durchgang. Das heißt, wir starten direkt. Das ist der Vorteil, wenn ich nicht live bin, sondern nur we live. Wir starten jetzt direkt. Mit der zweiten Halbzeit. Aha. Ist doch geil, Leute. Weil ich... Was soll's. So. Wir haben unsere Damen, haben wir auch erwähnt jetzt zur Halbzeit kurz, schön gespielt. Haben nämlich, äh, 1-0 gewonnen. Auch 200 Meter verschossen. Aber sind jetzt Dritter. Haben Hoffenheim auf Platz 4 gedrückt. Und aktuell, stand jetzt, spielt die Eintracht nächstes Jahr Champions League. Zumindest die Damen. Ist auch geil. Mal gucken, wer alles kommt. Ich spüre gerade ein bisschen nach vorne, damit wir direkt die zweite Halbzeit haben. Jawohl. Let's go. So. Frankfurt-Anstoß. Jetzt von links nach rechts natürlich auf die Kurve, wie es auch sein soll. Schön rausgespielt. Knauf. Knauf zieht nicht mit rein. Knauf füllt ab. Und so. Auf Linschrüm 4 Platz rechts. Flanke. Probleme. Kostic. Ne, Flanke passt nochmal. Okay. Ja, kurze Drangphase. Hinterhergeschickten Ball nach vorne. Guter Ball auf Knauf. Der kommt durch. Finde ich gut. Direkt von Anfang zeigen, was Bochum in Halbzeit 2 erwartet. So muss es sein. Knauf. Rückgespielt. TOR! Jawohl. So kommt man aus der Kabine raus. Wie schon gegen Hertha. Direkt. Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit. Aber es war nicht beim Frankfurt ein Tor gemacht. Es war ein klares Eigentor. Vom Bochumer. Geil. Also. Da ist ein Frankfurter im Abseits. Aber nicht mal in der Nähe, wo der Ball eigentlich hingeht. Und eigentlich wird er auch nicht irritiert. Oh. Das ist eigentlich passiv. Es steht auch nicht im Blickwinkel vom Torwart eigentlich. Aber für mich ist das kein... Für mich. Ah, es geht schon weiter. Okay, dann hat es jetzt erledigt. Scheinbar geht es nur leid. Ich zeige mir die Wiederholung. Ich weiß nicht, ob der Ball läuft. Ja, er läuft schon. Jetzt habe ich... Ich weiß nicht, wer das Tor gemacht hat. Ich schreibe jetzt nur Eigentor hin. Ich weiß nicht, wer das Tor gemacht hat. Und ich kann nicht nachschauen. Weil ich auch damals das Ergebnis weiß. Es tut mir leid. Ich will auch nicht zurückspulen jetzt. Also. Ich schreibe jetzt, wie gesagt. 1-1. Eigentor. Ich hoffe, ihr seht mir nach. Ihr könnt jetzt selbst gucken. Nice. Geil. Weißt du, da rede ich gerade noch von, dass die da angewonnen haben, dass es da gut gelaufen ist. Dann machen wir das Tor. Läuft. Einfach nur. Geil. Ich liebe es. So kommt die eine Spine an Zitrone, Alter. Aber ich habe keinen Bock. Ich will dich. Ich töte dich nicht. Ich sammle dich nicht auf und schmeiße es raus. Tu es raus. Aber das ist aber sehr wichtig, so früh ein Tor zu machen. Jetzt aber auch dranbleiben. Das muss sein. Dranbleiben. Bestes mal nur das Zweig machen. Ohne, dass wir ein Tor kassieren. Das ist doch schön. Schon habe ich besser Laune. Funzeug, ich habe glaube ich noch gar nicht erzählt, was auf dem Geburtstag war. Mein Neffe hat natürlich Eintrachtsstaff bekommen, ist ja klar. Dann gab es einen Kuchen. Wir haben Pizza selbst gemacht. Oh, geil. Ich bin vollgefressen, wie man es so kennt vom Geburtstag meistens. Stark von Bore. Eigentlich von hinten kommt er irgendwie und schießt den Pokémon an. Sehr starker Einsatz, mein Bub. Aber jetzt merkt man es. Jetzt läuft es mehr bei der Eintracht. Alles drum und dran. Und der hat es noch Klassiker. Kaum sage ich es. Fünf Sekunden später kommt so ein Pass. Asano, der war nicht im Aus, glaube ich. Mit die voller Umdrehung, aber dann ist er eh ein Tor ausgelaufen. Von daher eh egal. Dann noch mal die Chance. Knauf. Auf. Lindström. Und ein Eigentor. Das ist die Frage. Vielleicht auch für Lindström. Vielleicht wird das Tor für Lindström gewertet. Weiß ich nicht. Die haben die Wiederholung gezeigt, aber ich habe wieder nicht gesehen, wer das Tor geschossen hat. Ich konnte das Gesicht nicht gerade zuordnen. Weiter. Kostig. Hinten noch zu weit. Knauf. War nicht der Ball nicht gut, aber mit dem hat er gesagt, doch, also abseits. Zwei, eins. Aber kam er da nicht drei Meter im Abseits irgendwie? Oder war da noch hinten noch einer auf der Grundlinie? Ja. Ich freue mich einfach mal, weil kein Einwuch... Weil kein irgendwie... Niemand was anzeigt. Wie der Linienrichter. Noch der Dings was sagt. Der Kommentator. Und es auch keine Beschwerden gab. Und der Trainer von... Hoch und Schüttel in den Kopf. Kostig war kein Abseits. Dann schieft... Scharf. Knauf. Ach ne, da sind ja zwei Stück noch dahinter. Ha ha. Ja, Mann. Schussversuch. Der zweite Schussversuch von Linch Trim, der nicht reingeht. Es ist mir scheißegal. Der ist drin, oder? Äh. Ha ha ha. Pass auf. Der zweite Schussversuch, der über... über oben bei Ecken reingeht. Ha ha. Nice. Sehr stark. Kamada. 52. Ah, Geilo. Nächste Schöner. Abgelaufen. Nice. Ich hoffe, es ist so leid, wenn ich tippe, aber eigentlich nicht mehr. Ich muss irgendwann einen Passentunterlagen holen. Wie gesagt, ab Mai ist ja alles anders. Ab Mai... Naja, ab der neuen Saison, sag ich jetzt mal. Mai nicht, aber ab der neuen Saison. Wenn dann alles umgebaut wurde. Aber sehr schnell das Spiel gedreht. Sehr verdammt wichtig. Und Europa, wir kommen. Europaplatz ist wieder drinnen. Ich passe. Es ist so lustig, ey. Oh Mann. Ha ha ha. Europa ist wieder drinnen. Ja, schön darüber gepasst. Es ist jetzt... Knopf, der kriegt nicht. Schade. Da war mehr drin. Der Steckpass da zwischendurch war gut. Der drauffolgende Pass ist dann einfach so schwach gewesen. So ungenau, eher gesagt. Gibt es Freistoß? Eimhof. Eimhof, glaube ich. Ja. Auf Kamala. Hier zurück zu Kostic. Kostic wäre so gleich in der Ecke rauszuholen. Aber wird auch gut geholt. Ach, das ist doch keine Frau gewesen. Der sieht ja... Der schießt, der fällt... Der schießt den aus und weiß... Ich lasse mich mal fallen und hoffe, dass es einen Freistoß gibt. Glaube ich. Das will ich noch mal sehen. Du hast so... Oh, ich hab mir weggetan. Ja, ich bin getroffen. Entschuldigung, alle Buche mal. Das war nicht so gemeint. Ich will es auch noch mal sehen. Na, vielleicht war es auch ein Faul. Ich weiß nicht. Ich hab dir aber auch keine Widerung gezeigt. Die haben eben noch mal das Tor gezeigt. Jetzt aber. Ja, Kitsch. Auf Jernström. Wieder auf Jarkitsch. Super Ball. Ja, Jarkitsch macht das stark. Jarkitsch, jetzt ich lauf. Der hat Alina getroffen. Der hat Alina... Der hat den voll auf die Fresse gehauen, Alter. Der hat nicht Alina getroffen, oder? Alter. Mit voller Wucht ins Gesicht getroffen. Die arme Alina ist eine Mitarbeiter von Eintracht Frankfurt. Von Eintracht Frankfurt TV auch. Die auch Stadionsprecherin bei den Eintracht Damen ist, etc. Und ich sehe die immer wieder bei Eintracht TV. Die hat auch die Maske angehabt. Ich meine, das war die. Vom Gesicht her. Die hat kurz die Maske auch ausgesucht. Ich glaube, das war sie. Die schreibe ich gleich an. Nach dem Spiel. Oh, Linsström liegt am Boden. Irgendwas passiert da. Das sieht gar nicht gut aus. Hat er mehrfach versucht, irgendwas zu machen? Hat mehrfach versucht, aufzustehen? Und geht nicht? Oh, fuck. Sieht gar nicht gut aus. Oh nein, den Ström. Oh, den Ström. Hier sehen wir. Ah! 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 Ah, ist der weg. Ich hoffe, er ist beim Aufsetzen weggeknickt. Ach, du Scheiße! Also, ich schlage nicht nur bei Frankreich, ich schlage auch bei anderen Spielern damit. Ich weiß noch, wo die Dortmund-Spieler sich teilweise verfletzt haben, wie du dann außen die Spieler generell bei Spielern aber er kann laufen er kann selbst laufen er läuft selbst raus immerhin aber boah sah das böse aus alter wir wollen wegsend euch boah sah das da kann ganz böse sich was dehnen oder whatever als Hinweis eben Status, dass Alina getroffen wurde habe ich vergessen zu erwähnen also ich möchte hier mal das Fairplay der Buchenbach erwähnen ich würde sagen war kurz um die Zeit weg der ist sofort hingegangen sofort entschuldigt ist sofort hingegangen hat schon alles gut gemacht ich möchte nur erwähnen, dass da das Fairplay der Buchenbach auf jeden Fall da ist also da nochmal Respekt dafür das habe ich komplett glaube ich ging total unter nicht dass ich das vergesse und gesagt was ist denn das jawohl wir haben man wir haben ihn doch angeschossen noch das haben wir nicht glaube ich nicht 50-50 Chance ich will mich immer noch aufregen stark gericht von tuta Flanke geblockt also schreibt die Alina her an und dann ich mache wahrscheinlich morgen schreibe ich morgen mache ich ja wahrscheinlich erst das den Rückblick weil ich jetzt einfach nur noch nach dem Ding wir haben jetzt seitdem ich kurz gucken diese Uhr Viertel nach neun innerhalb schon da haben wir Viertel vor zehn dann mache ich die erste Reaktion haben wir zehn Uhr dann gehe ich relativ schnell ins Bett weil ja um fünf Uhr der Wecker klingelt also ich mache morgen Nachmittag mache ich den Rückblick auf dieses Spiel und ich hoffe dass Alina mir bis dahin geantwortet hat und dann kann ich vielleicht darauf eingehen ob sie getroffen wurde oder nicht ich hoffe die reagiert die Antwort wird mir so schnell ja lustig oder vielleicht hat sie auch noch etwas hochgeladen diesbezüglich ich frage sie nach siehst du ein Sternchen und meine aber ich frage mich war die da überhaupt da weil die Frauen haben ja kurz vorher gespielt um 13 ach du das schaffst doch die haben um 13.30 gespielt bis 14.45 also es ist ja 17.30 Spiel gewesen ja dann war die wahrscheinlich erst drüben und ist dann rüber gekommen bei 15.30 Spiel wäre es eher knapper geworden und da liegt jetzt ein Bochum am Boden hält sich die Schulter aber jetzt wird es auch das Schlimme ist ja ich habe ja vorhin gesagt es ist nicht ruppig ich möchte jetzt nur erwähnen dass es immer noch nicht ruppig ist die Leute landen einfach scheiße oder halt keine Ahnung im Zweikampf ist das so teilweise unglücklich irgendwie mit dem Arm aber es ist nicht so dass man extra so macht oder ja wieder links drin beim Landendorf oder tut er springt hoch sag ich jetzt mal oder irgendjemand oder in Frankfurt oder in Bochum springt einfach mal hoch hat welche Arme so und der Gegenspieler springt gegen den Arm so ungefähr also es ist kein unbedingt immer so ein Schlag so oder schützen sondern man springt ja hoch und automat sind die Arme irgendwo und der andere kommt angerannt wir mit Wucht den Kopf mal weghauen und springt dann gegen den Arm und natürlich tut es dann für die Person mehr weh Lichtverletzung ja muss ich noch kurz aber das können alle weitermachen das ist das wichtigste tut er ja wohl ein Wurf ein Wurf Abschluss für uns nicht haben wir den gerade angeschossen oder sah das gerade nur so aus ok es gibt Eckball Bochum aber gab auch keine Beschwerden irgendwie also müsste es stimmen so aus der Kameras Position so aus hätten wir irgendwie angeschossen Gott sei Dank aber Bochum macht natürlich jetzt gut Druck aber Kontrabsicherung ist nur eine Person da das heißt wenn du einmal gut an den Ball kommst nach dem Eckball oder so von denen dann kannst du gerade mit schnellen Personen was Gutes vollziehen und das muss das Ziel sein und dann kannst du auch noch mal sagen ich glaube ich ich glaube ich ich glaube ich der nicht durch kam gut geblockt heute ist einfach die geniebten boden ich weiß nicht wer hinterecker wurde vielleicht auch irgendwie von polter getroffen kann man gleich noch mal ja heute wird er heute hat hintereck am schienbein getroffen unglücklich ich da faul geben würde wird der ein oder andere wahrscheinlich so sehen aber muss nicht sein trapp macht es schneller macht nicht schnell die frage ja macht er kann man hatten ball schick kostig natürlich kotzig mit einem haken und es wird gezogen gibt gelb muss gelb bockhorn gelb bockhorn bochum ist lustig bockhorn aber wenn amies irgendwie bockkorn sagen würden wir fast bockhorn sagen bockkorn bockkorn aber ich glaube jetzt der ein oder andere verteidiger hat jetzt auch bei denen schon gelb oder aber es ist gut wenn der schon in 25 minuten vor schluss die gelbe karte hat und gerade über links kostig bei kontern bockhorn scharf rein gespielt tut er kommt mit kopf dran aber zu stark der haut man so eher drüber wo wenn er glaube ich gar nicht hingeht kann sogar reingehen ich glaube es war fast mehr eine klärungsaktion bockhorn aber aber ist also so Das war wieder ein Schubser gewesen, Bokko mit dem Schubser gegen Lindström und Lindström Da hat Bockhorn Glück gehabt. Schiedsrichter sagt aber, der Schubser hat nicht ausgereicht. Hat wie gesagt Bockhorn Glück gehabt. Ich muss noch mal sehen. Es gibt wahrscheinlich andere, die jetzt pfeifen und dem auch gelb-rot geben, weil es dann so ein kleines taktisches faul war. Also wenn du es pfeifst, dann ist es ein taktisches Faul, weil es bestimmt durch ist. Wäre aber ein hartes Ding gewesen. Das ist wahrscheinlich eher so mehr ein 40-60 Ding. Ne, der ist weg, der ist weg. Aber gut, der Doppelschlag mit 2-1 zieht es von Bochum wenig. Was aber nicht zu heißen hat, die kann trotzdem einmal gefährlich werden. Hat man ja auch in der ersten Halbzeit gesehen. Ja, oder du machst durch einen Fehler, aber hast Glück, dass wir hinten gut stehen. Jetzt mach schnell, komm. Das langes Beispiel ist, hast du fünf Bochumaschen überflügelt. Genau. Hintere Ecke. Oh, knauf, knauf es. In der hat man das Tor. Ja, um das 3-1 zu machen. Ja, das ist das 3-1. Ja, das war doch noch mehr drin. Genau. Da war viel. Das sind halt die Sachen. Da musst du mehr draus machen, um das Tor, ja, um dann für das 3-1 zu machen. Mach doch einfach mal 3-1, dann kannst du nicht mehr aus dem Zweites kassieren. Aber so muss Bochum nur so einen dummen Freistoß wiederkriegen, den sie halt wirklich auch exzellent ausgeführt haben. Muss man ja auch sagen. Knauf ist überall aktuell. Links und rechts. Aber er wird direkt wieder angegriffen. Ach du. Tutta kriegt den Ball völlig in die Fresse rein. Und spielt aber weiter. Respekt dafür. Ja, Zeit und liegen bleiben. Blieb auch nicht. Ja, geht's. Gute Übersicht. Für rechts, für Knauf. Ja, aber ist da keiner in der Box drinne. Wenn kaum jemand hilft. Kamada, oh. Was ne Körperdäuschung. Ist wie es wahrscheinlich raus, so Kostic. Gut gesehen. Oh, das war so offensichtlich von Kamada. Das hat Bockhorn hat ihn. Jetzt konnte Chance. Ja, ein Dicker stark beteiligt in der Ecke jetzt. Und wieder ein Dicker. Ja, glücklicherweise hat Bochum also das Foul gemacht. Und ein Dicker Freistoß aus eigener Hälfte weit nach vorne. Bochum kommt fast dahin. Nachdem der Bochum mal ein bisschen sich den Ball weit vorgelegt hat. Lass ihn doch einfach ins Ausgehen. Warum? Weil ich Schiss gehabt, dass der eine durchlaufen kann. Da war es vielleicht doch richtig. Jetzt geht's. Wechsel. Windschirm geht. Lenz kommt. Ich denke mal auch unter anderem wegen eine Verletzung. Sicher ist sicher. Er geht ganz normal. Womit glaube ich ganz minimal. Aber trotzdem. Besser ist es. Ich denke mal auch unter anderem wegen einer Verletzung. Schade. War schon ein Wunderfußballer. Aber der hat Kostitz zu scharf nach hinten zu Lenz gespielt. Der ja für den schon gekommen ist, ist ja klar. Ja, das ist mal faul. Ja, aber jetzt bleibt mit der Liegungsweiz. So, da sind die Haxen getreten. Der Bochum wird einfach weiterspielen, während der andere direkt vor ihm steht. Ah, okay, okay. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Ich weiß, ich habe einen kleinen Touch gesehen. Aber ich habe nicht gesehen, dass der Bore danach noch minimal den Bochumar hinten draufgelaufen ist. Der Bochumar ist gefahren, hat sich gedreht noch. Und beide waren in der vollen Geschwindigkeit. Du kannst nicht abbremsen. Und Boreat versucht irgendwie da auszuweichen, hat einen langen Schritt gemacht. Und in dem Moment zieht auch der Bochumar den Ding. Das ist einfach nur, ja, passiert einfach. Unlucky. Natürlich, wenn du dann irgendwie so einem halben Gewicht oder so mit 40, 50 Kilo dann da draufstehst, oder so ein dreivierteliges Gewicht ist zusätzlich schmerzhaft. Natürlich. Gerade wenn du dann so ein bisschen Stollen abgerutscht an der Seite. Nein, jetzt auch wieder. Boah, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, da geht es aber wieder so durch, durch. Hau den doch einfach mal raus, Mann. Oh, kein Faul. An Lenz wird gesagt. Hau den, ach, ich muss ja nicht, wie ich immer einatme, das hört man wahrscheinlich. Scheiße, Alter. Konnerschön, super, ja, Kitsch. Auf Knauf, super, Knauf. Lanz wird, oah. Kurz versucht irgendwie auf, äh, ja, Kitsch oder so abzulegen. Ich weiß nicht, wer da in der Mitte war. Hat doch eigentlich nicht geklappt. Das hintenrum übertrabt komplett richtig. Und bei dem Neuaufbau. Schön. Das war gut gespielt. Boah, super Ball auf. Gut, er war auf Kostig und der spielt einfach nur noch, äh, Bockhorn. Sicher, sicher, wollte nicht annehmen, weil er wusste genau, wo Kostig steht. Er hat einfach weiter gespitzt den Ball in Seiten aus. Kostig, Flanke. Gibt keine Ecke. Ist geblockt worden. Oh, Bochum, dann kriegt er noch. Und so stark dazwischen. Ja, aber merkt jetzt, Bochum wird wieder stärker. Und genau das ist das Ding. Hättest du vorhin das 3-1 gemacht, wo du die Überhand hattest. Gut. Und jetzt ist es nämlich genauso soweit. Jetzt ist es wieder genauso soweit, dass du jetzt wieder zittern musst. Und das geht mir auf die Nüsse. Du hättest vorhin einfach das Tor machen müssen. Voll, da machst du es gut. Jetzt gibt's Hand. Na, er sagt hier irgendwie. Bin gespannt. Jetzt gibt's Sechse, vielleicht bei Bochum. Weiß ich nicht, mal gucken. Ja. Oh, jetzt gibt's gelbe Karte für Polter. Weil ich sie zu sehr aufgeregt habe, glaube ich. Löwen kommt übrigens. Reckbettschei ist gegangen. Ja. 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 schön geholt und jetzt stand kostet aber in ordnung, in mein einbruch bringt wieder zeit flanke? ach schon sah mir erstmal nicht fertig spannend aus war gut, guter versuch jetzt kommt so ein Ticker jetzt links hier gab es irgendwo für Bochum, viele von Frankfurt haben etwas anders gesehen was hab ich so gesagt, dann hat keiner, dass ein Hintermann kommt der hat zu viel Zeit eigentlich da muss nur einer sagen, da kommt jemand von hinten er hätte so schöne Passmöglichkeiten gehabt Kamata hätte gedacht, er hätte mehr Zeit so dumm gewesen er hätte auch schnell abstimmen müssen er hätte ja auch zu viel Zeit genommen ohne Aussagen wahrscheinlich so ein dummes Ballverlust, flanke, Tor Gott sei Dank nicht aber gut aber gut aber gut zu wissen dass Kostic auf dem Platz auch Deutsch redet geil weil Bochum nicht weggeschossen hat der andere, geil was Kostic geht warte mal wie Kostic geht ok was machst du Kostic auch Sebastian Rohde auch da im Bild hoffe einfach ungewohnt ungewohnt dass Kostic raus muss aber vielleicht soll ein bisschen geschont werden für Bettis kann ich vollkommen verstehen du kannst ja erwarten dass du jetzt mal in 95 Minuten laufen lässt so ungefähr so ungefähr ist in Ordnung stimmt es wird gerade gesagt dass hier Eintracht das einzige Team ist in der Rückrunde ohne Einpunkt alle anderen Mannschaften haben von zuhause Punkte geholt für zum Beispiel zuhause gegen Hertha aber der ist so schwach gespielt aber der ist so schwach gespielt schön gespielt lauf doch da durch nicht Kamada schön durchglasen was ist Puri da rutscht er aus zum weinen so gut kombiniert da rutscht einer aus ich glaube so was mach doch einfach doch den Deckel mit 313 ich hoffe wahrscheinlich den Deckel lass mich doch bisschen Nerven sparen ich bitte euch der könnte im Absatz gewesen sein ja ja es geht hier an hoch ja eindeutig und zu sagen was du willst der kommt durch der kommt durch rieb an und passt auf und auf 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 wer hat wer hat den Ball verjagt war stark ausversteht von hinter ecker sehr stark hindi sehr sehr wichtig und jetzt kommt knapp auf 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 Puri Mann meine Fresse ich meine der Heuge macht ja auch alles richtig dann wird ja ein bisschen gestört in der Mitte wo also Puri wird dann in der Mitte äh irritiert trotzdem das ganze Chancen ja nutzt halt nicht weißt du auch da kann man mehr draus machen dann kann ich vielleicht im Buree gerade absetzt gewesen sein kamada kamada abgelegt auch für lenz aber kein abseits scheinbar ich bleibe am ball gut 5 minuten noch kommt irgendwie irgendwie dieses 5 minuten aushalten ich habe die maske ja noch gehalten die ich vorhin angehabt habe mit den öffentlichen fährt und dann wenn ich raus bin sie immer so oben hin ja einfach mit maske die ganze seite gespringen heike komm versuch es allein ja schön so mit dem fuß so ein ball klebt am fuß und dann will man so mitnehmen so mit schieben den ball und springt jetzt über 4-5 meter nach vorne wisst ihr was ich mein aber ein bisschen so schnell war der ball sozusagen hinter dem körper ist und du wirst mit dem fußigen mitziehen dann landet er weit vorne ja ja boah hast du Zeit gehabt 4 minuten mann komm schon jungs und mädels wir schaffen das ja starken körper reingestellt unser ball und jetzt kommt paciencia sehe ich für buri ja rustisch und auch rustisch für jakic borie geht paciencia immer positionsgerechte wechsel körper reingestellt lacht noch nicht in der karmale nee wieso spielst du kannst doch direkt nach oben spielen da wäre auch komplett durch gewesen klar sei der weist zieht man schon ein bisschen zurück als du recht nicht zurück ja vielleicht dass sie zurückkommen sollen vielleicht auch Geh hin! Geh hin! Geh hin, Mann! Geh doch hin! Ja, es sind drei Spiele dran. Gut. Muss er zurückspielen. Auch in Ordnung. Schlank aus dem Halbfeld. Sätze sind halbwegs hier an. Bockhorn ist mein Ball. Den erkenne ich immer sofort in der Frisur. Immer gut. Selbst wenn du Fußballer anbrichst und in der Frisur erkennst. Oder in den Schulen manchmal auch. Oh, lass ihn doch durch! Okay, das wäre riskant gewesen. Weil er weiß nicht, was hinter ihm abgeht. Sprechschlag, komm hol dir. Schön, komm, Mann! Schön geholt. Zwei Minuten noch. Boah, kommt schon. Lass uns irgendwie über dich Zeit bekommen. Jetzt treibt er bestimmt faul für, für Bochum. Na ja. Beide irgendwie aneinander geraten, also aneinander gegangen. Ja. Hat ein bisschen zu viel mit dem Arm gearbeitet und auch dann leicht im Gesicht getroffen. Also, dass er sich irgendwie sieht, also nix. Warte. Ihr kennt das doch, wenn ihr irgendwie Arm auf die Schulter legt, so ungefähr. Ah! Trap mit Problemen. Das meine ich nämlich. Also Arm auf die Schulter legt und ein bisschen am Gesicht bringt. Aber Bochum eben mit der Schuss aus der zweiten Reihe. Trap lässt ein bisschen klatschen und den zweiten Schuss kann er auch noch abwehren. Und jetzt vielleicht kommt er Chance für die Eintracht. Wenn der Ball schneller kommt. Nein. Aber Zeit rausgeholt. Und jetzt wird er gefällt. Freistoß ist schon mal gut. Ah! 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 Das war nochmal hart! Ah! 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 Das wäre so ein klassisches Ding gewesen, wo ich abgefuckt hätte. Und, was densten macht Druck? Ach! Wenn da einer drauf geht vorher schon. War es drei Minuten? Ich weiß nicht, ich hab glaube ich drei Minuten verstanden. Ich will nix versprechen. Kamada! Auf gnauf! Rückgespielt hat keiner! Das ist keiner?! Aber weiter egal. Ja, weiter. Bin sie mit? Nein. So. Jetzt lassen sie beide einfach bis sie zirkulieren, bis sie laufen. Brot sich, wo bist du? Pass auf hinten, ja genau, gut gesehen. Drauf, 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 drauf. Schön so, schön gesehen. Der schießt, abgefälscht. Und der bisschen weiter hinten geht, geht er rein. Riemann sofort mit dem schnellen Ball nach vorne. Und wieder landet der Ball direkt bei uns. Paciencia. Über den Wegelcheck gibt es Freistoß. Knauf hat bisschen Zeit, hat aufgehört zu spielen, damit es den Freistoß gibt. Sehr schlau. Gibt nämlich auch Zeit. Habe ich nochmal die Chance. Oh, den muss der Krab eigentlich haben. Aber er hat den Fehler gut gemacht. Er kam schnell raus. Aus dem zweiten schon abgeblockt. Gut gemacht. Und geschlafen. Da kann ich Riemann verstehen, dass er sich aufregt. Der Frankfurter hat schnell den Freistoß ausgeführt. Riemann hält den. Aber der Ball war nicht freigegeben. Paciencia. Ja. Der läuft jetzt zur Eckfahne natürlich. Mir natürlich macht Paciencia gut. Aber gibt keinen. Gibt nur jetzt. Bella Cocha. Oh, jetzt fehlt er. Jetzt kriegt Paciencia gelb. Und da ging beide jetzt gelb. Bella Cocha. Keiner interessiert sich da. Ist der Spieler... Ist der Spieler... Ist der Spieler grad pisst gewesen? Weil keine Sau irgendwie... sich dafür interessiert hat. Der hat nämlich zehnmal gepiffen. Ist das geil, ey. Hätten wir ohne gelbe Karte verhalten können. Das war ein... Sind zwei nochmal richtig an den Köpfe knallt. Sofort medizinische Abteilung drin. Oh ja. Oh, hoffentlich. Enddicker. Aber ich kann verstehen, dass Riemann grad auf Piss war beim Freichtuss. Wie gesagt, äh... Freichtuss hat ausgeführt. Sie wollten ihn überraschen. Riemann hält ihn. Und dann sagt er, nö, nö, nö. Wiederholen. Da wär ich auch... Ich wär auch richtig pisst gewesen. Wenn's gegen uns passiert wäre. Auch da, ich fand's auch blöd. Aber er hat's... Er hat's doch nicht freigegeben. Den Freischuss. Aber ich wär richtig... Und den Dicker... Mal gucken. Ich hoffe, der hat einfach Kopfschmerzen und kann einfach... Am Donnerstag wieder spielen. Ja. Geht's auch raus. Er hat eigentlich bei... Gab wir, oder? Das heißt... Ball haben... Bisschen laufen lassen... Nee, Riemann... Bochum hat einen Ball gehabt. Langer Ball, nochmal von Bochum. Wie viel gibt's jetzt? Langer... Weiter... Ball. Riemann... Riemann... Er war schwer anzunehmen, Mann. Pfeift doch ab jetzt langsam. Wir sind anderthalb Minuten drüber, glaube ich. Und es war schon abgelaufen eben. Die Kunterschank 17, glaube ich, noch. Rostic. Superball auf Kamerata. Ich weiß nicht, ob es abseits soll. Mal gucken. Riemann weiter aus dem Tor raus. Paul! Null! Keines mehr, sagt Schiedsrichter. Aber ich war, glaube ich... Passieren Sie auf... Was? Frag ich das Böchum. Aber das... Wir sind ja schon längst drüber, oder nicht? Hat der vorhin jetzt nach drei Minuten... Der letzte lange Ball, glaube ich, nach vorne. Warum? Ja, wenn der nicht will, dann pfeift ab. Klär den, das pfeift doch ab, Mann. Jaaaa! Bamala! 2-1! Verdient! Ja, das tun wir da einfach an alle Bochumer jetzt mal. Nicht böse gemeint, aber... In der zweiten Halbzeit kam einfach viel zu wenig von Bochum. Wurde man sonst ehrlich sagen. Es kam viel, viel, viel zu wenig. Sorry, aber... Da war... Da war mehr drin. Ihr habt in der ersten Halbzeit... Euch mal immer wieder gefährlich gezeigt. In der zweiten Halbzeit kaum. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder mir ist das irgendwie jetzt viel missfallen. Ich war in der 90. Minute, wie gesagt, der... Der Chance aus der zweiten Reihe. Äh... Oder 89, sei was das war. Aber ansonsten... Hat man... Wenig leider von euch gesehen. Leider. Für mich ist es geil. Aus eurer Sicht gesehen leider. Ich sag hier auf jeden Fall... Arli Viderci. Bis dahin. Und ciao, ciao. Dieses Video seht ihr eh erst am Montag. Das heißt, ich mach jetzt... Meine erste Reaktion. Und dann... Mal gucken, wann das Video morgen kommt. Vielleicht auch parallel mit meinem... Rückblick. Aber auf jeden Fall kommt das Video dann... Hier... Bald. Oder wenn ich es so sage, wisst ihr es schon. Vielen Dank fürs Einsteigern. Eure Meinung von Spiel gerne in die Kommentare rein. Und... Ciao. 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 Hihihi.